In der Krise werden Millionäre gemacht. Was heißt das genau? Okay, um es einfach auszudrücken, die Menschen gehen davon aus, wenn der Markt einmal crasht, dass es das war. Es kommt nie wieder zurück. Wir werden für immer fallen und es wird auf Null gehen und die gesamte Weltwirtschaft, alle Firmen der Welt gehen bankrott. Niemand hat mehr Arbeit, Regierungen können nicht mehr funktionieren, Apokalypse entsteht und wir alle werden sterben. Das hört sich lustig an, aber warum verkaufen Menschen denn im Minus? Warum verkaufen Retail-Investoren im Minus, während reiche Leute, Großanleger im Minus einkaufen? Also wenn der Markt richtig runtergegangen ist, im Crash. Weil genau diese Reichen und Wohlhabenden wissen, dass es nicht das Ende ist. Dass es ausgelöst wird durch eine bestimmte Krise, die wir haben, durch Geldgedrucke, durch Kriegssituationen, durch Pandemien, dass man da kurzfristig einen Crash sieht, beziehungsweise manchmal auch längerfristigen. Aber Tesla, Apple, Samsung, Amazon, Microsoft, auch deutsche SAP, BMW, all diese großen Firmen, nur weil wir einen Weltwirtschaftscrash haben, glaubt ihr, diese Giganten von Firmen verschwinden einfach aus dem Sichtfeld? Nein. Das, was passiert ist, ja, wir haben eine Weltwirtschaftskrise, ja, dann kündigen sie mal ein paar Mitarbeiter, ein paar Kosten einsparen, heißt es dann. Natürlich wird der kleine Mensch wieder daran zu leiden haben. Dann kommt die Regierung und subventioniert, ja, hey, diese Riesenfirmen kündigen schon die ganzen Mitarbeiter, damit sie Kosten, nennen sie, sparen ja nur Kosten ein. Kostenstellen werden reduziert, ja, und der kleine Steuerzahler, der dann die ganzen Steuern gezahlt hat an die Regierung, der sieht halt ein bisschen blöd aus. Die Regierung kommt und sagt, hey, mit den Steuern, die ihr klein uns gezahlt habt, subventionieren wir jetzt diese Firmen, die euch gerade kündigen. Und, ja, irgendwann geht es der Firma wieder gut. Gewinne gehen wieder hoch, die Aktienkurse gehen genauso wieder hoch, die Börse ist wieder am Boomen. Und wer steht blöd da? Der kleine Retail-Investor, der auf einmal sieht, oh, Mensch, die Preise sind jetzt durch die Decke gegangen. Wieso habe ich denn ein Minus verkauft? Ich hätte ja nur warten müssen, aber jetzt kaufe ich neu ein. Und wann ist das meistens? Wenn die News richtig gut sind, wenn wir komplett am Ausrasten sind, wenn der Markt niemals aufhören wird zu gehen. Diese Candlesticks, die wir in den Charts sehen, diese Linien werden bis zum Mond gehen und nicht aufhören. Und wenn wir den Mond erreicht haben, geht es weiter in die Galaxie, in die Unendlichkeit. Und wir werden Multimilliardäre werden. Und, ja, genau zu diesen Zeitpunkten sollte man nicht einkaufen. Genau dann, wenn die Mainstream-Medien anfangen zu sagen, ja, die Preise sind hoch, die sind gut. Die Firmen, denen geht es so gut. Die Konjunktur ist gut. Die Wirtschaftslagen sind gut. Alles geht nach oben. Wenn ihr das hört, verkauft, verkauft. Das ist der Moment, wo der Markt wahrscheinlich komplett einbrechen wird. Gucken wir uns mal, was Warren Buffett da gesagt hat. Er hat hier halt gesagt, dass in der Krise, dass man da viel verdienen kann. Bad News is an Investor's best friend. Also schlechte Nachrichten. Also News, wenn der Sentiment negativ ist, ist es der beste Freund eines Investors. It lets you buy a slice of America's future at a market-down price. Buffett explains in the Opt. Also er sagt, es lässt dich Amerikas Zukunft in einem reduzierten, in einem Rabattkurs einkaufen. Und er erklärt hier weiterhin, fear is regarding the long-term prosperity of the nation's many sound companies make no sense. Also langzeitlich gesehen macht es gar keinen Sinn, dass man die stärksten Unternehmen und die legiten Unternehmen in dem Land, dass man denkt, dass sie nie wieder nach oben kommen werden. Das macht einfach keinen Sinn. The business will indeed suffer earnings, hiccups, as they always have. But most major companies will be setting new profit records 5, 10 and 20 years from now. Also er sagt, ja, dem Geschäft dieser Firmen wird es natürlich schlecht gehen, sie werden einige Schluckäufe haben, wie er ihr sagt, aber es wird wieder zurückgehen. Sie werden neue Rekorde setzen, umsetzen, 5, 10 oder 20 Jahre von diesem Zeitpunkt aus. Und was macht ihr damit? Schaut euch den S&P 500 an. Hier, als wir im Jahre 2000 waren, haben wir den Dotcom-Bubble gehabt. Und jetzt stellt euch mal vor, einige sind hier einfach nicht in irgendwelche Unternehmen, sagen wir mal in S&P 500 hier rein. Da haben wir gesagt, hey, hier kaufen wir jetzt ein. Der Markt lässt natürlich mal so richtig nach und geht hier in den Keller. Fast 50% Verluste. Da hat man sich natürlich richtig blöd gefühlt und viele haben hier auch verkauft, auf dem Weg nach unten. Dann haben wir einen Aufschwung gesehen. Wir haben das High vom Dotcom-Bubble gebrochen. Und was ist dann gekommen? Die Finanzkrise 2007, 2008. Wir sind richtig wieder in den Keller gegangen, haben einen neuen Tiefpunkt gesetzt. Wir sind sogar noch stärker gefallen, als hier beim Dotcom-Bubble. Und was ist dann passiert? Die, die jetzt hier oben eingekauft haben, haben sich auch ziemlich blöd gefühlt, eventuell ein Minus verkauft. Aber hätten beide längerfristig gehalten, hätten sie die dicken Gewinne gemacht, die man jetzt ab diesem Zeitpunkt hier gemacht hätte. Ich setze mal den Top an. Die wären jetzt ungefähr bei Gewinnen von über 177%. Das ist das, was man sagt. In der Krise werden Millionäre gemacht. Denn wenn man hier unten einkauft, wenn keiner mehr daran kommt, wenn alle sagen, das geht auf die Ewigkeit runter, alles wird zerbrechen. Genauso wie es hier behauptet wird. Genauso wie es bei Corona behauptet worden ist. Muss man genau das Gegenteil tun in dem Moment. Wenn wir stark runtergefallen sind und der Sentiment richtig negativ ist, das ist der Moment, wo man einkauft. Und das gilt genauso für den Kryptomarkt. Vor allem, wenn der Kryptomarkt noch viel einfacher zu bemessen ist. Ich meine, wir haben Halvings, nach den Halvings fängt ein Bullrun an. Wir haben ein Halving, nach dem Halving fängt der Bullrun an. Hier hatten wir ein Halving, danach fing der 2013er Bullrun an. Es ist so ein simpler und einfacher Zyklus, den man hier sieht. Und einfach nicht hier oben einkaufen, einfach nicht hier oben irgendwo einkaufen. Wartet, bis der Crash kommt und kauft hier unten. Und das ist unsere Strategie, die wir verfolgen, die wir auch beim Coaching und auch in unseren Kursen erklären werden. Darum, Leute, entspannt bleiben. Nicht immer Panik kriegen, nicht diesen Gedanken haben. Es geht auf Null, wie so viele sagen. Diese ganzen Milliardäre, die sind ja nicht finanziell umgebildet, dass sie zig Milliarden in diesen Markt hineinstecken. Dass sie zig Milliarden an Summen von Bitcoins kaufen, von Kryptowährungen, verschiedenen Kryptowährungen auch. Darum, Leute, Kryptowährungen, vor allem Blockchain, ist hier um zu bleiben. Und wird alles, sowohl die Finanzwelt, sowohl die Geschäftswelt, sowohl die Art und Weise, wie wir Menschen Information miteinander austauschen werden. Die Art und Weise, wie wir Wertgegenstände speichern werden letztendlich. Geistiges Gut speichern werden. Geistiges Gut ja im Sinne von Kunstwerke oder Musik oder was man immer auch möchte. Alles wird revolutioniert werden. Und das wird durch die Blockchain geschafft. Wir sind noch so früh, wir können einsteigen und das Ganze mitgenießen. Ja, das ist auf jeden Fall damit gemeint, dass in der Krise Millionäre gemacht werden. Wenn man hier unten einkauft, nimmt man sich mehrere in den Kryptomarkt bis zu 12.000 Prozent. Wenn man in die richtigen Coins investiert, sogar manchmal 50.000, 60.000 Prozent mit. Und man kann innerhalb von ein bis zwei Jahren, wenn man das sicher machen möchte, eins bis zwei, drei Jahren kann man Millionär werden. Ganz einfach. Natürlich gibt es auch einige komische Projekte, unsichere Projekte, aber auf die will ich gar nicht eingehen. Ich möchte das Ganze gerne sicher verdienen. Ich möchte gerne meinen Kopf auf mein Kopfkissen legen können. Entspannt mit dem Gedanken, auch wenn es jetzt kurzfristig fallen sollte, langfristig hat dieses Projekt Zukunft. Noch einmal, wir haben viele neue da. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, auf unseren neuen Partner hier, BitWavo. Wenn ihr eine EU-regulierte Exchange nutzen möchtet, die direkte Euro-Überweisung annimmt, die super transparent ist, mit sehr geringen Handelsgebühren von 0,03 Prozent bis 0,25 Prozent und mit der niederländischen Zentralbank zusammenarbeitet, dann nutzt diese sichere Exchange. Es haben viele, viele von euch zur Zeit nachgefragt gehabt, welche Exchange sollen wir nutzen, was ist sicher. Das ist auf jeden Fall eine sichere Exchange. Und das sagen wir nicht nur, weil sie unsere Partner sind. Wir haben sie nachgeprüft und nachgecheckt und tatsächlich ist es einer der sichersten Varianten, Kryptos in Europa über eine Exchange einzukaufen.